Hey YouTube, was geht ab? Es ist ehrlich passiert, ich habe mit Controller gespielt, zwar am PC und nicht an der Konsole, aber es ist dennoch passiert, Kedo spielt mit Controller. Schaut es euch einfach an, es ist auf jeden Fall teilweise echt katastrophal geworden. Ich denke, der ein oder andere Konsolenspieler wird sich gleich denken, alter, was schaue ich mir hier an? Auf jeden Fall sollte euch das Video gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben da und damit viel Spaß mit dem Video. Jed, das Game ist komplett Gamesense. Ja, komplett. Komm Jed, also ernsthaft. Wie weit, wie weit komme ich im Rank ohne irgendwas? Was? Ich habe ja, ich habe meinen Playstation Account, ich kann ja mit meinem Kedo Account auch auf der Konsole zocken. In der Theorie, oder? Ich frage mich aber, warum ich keinen Hut hier unten habe, warum zeigt es mir nicht an, welche Knöpfe ich drücken muss, was wir sagen, also. Wie schieße ich damit? Was war das denn? Alright, habe ich. Haben wir, haben wir, haben wir. Wo sind die ganzen Messer-Gedgets hier? Bro, wo ist denn die? Oh, was ist denn hier? Nice. Ach, da ist eins. Nice, haben wir, haben wir, haben wir. Nice, okay. Komm schon rein. Shotgun, nuke, son. Habe ich, habe ich, habe ich, dad. Nice, short, bro. Oh, shit. Sound? Oh, wow. Oh, wow. Alright, das ist ein bisschen zu schnell. Haben wir! Boah, Gamesets. Oh, shit. Wer gibt mir böse? Mit Shotgun von da hinten, Alter. Geht das Sabaton bei 3000 Euro Schreckkostümen. Im Schlammhot-Tub. Sonst an Verlauf. Dreck meine Eier. Schon mal einen Dementen bei Wer wird Millionär gesehen? Bro, das hochschlimm ist mein Gameclips auch nicht. Hä? Chill mal, bro. Chill mal, ey. What the fuck? Schade, Marmelade. Habla. Lass dich nutzen jetzt durch. Wie gehe ich denn schnell nach unten? Nein, damit. Gunner, Junge. Wie markiere ich? Wie gehe ich raus? Wie gehe ich raus? Wie gehe ich raus? Ist er dead? Shit, nicht mehr ist es. Alright, das ist clear. Gehen wir nahe. Alright, vergiss ich. Oder das Lehnen ist ernst schwer. Warte, 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 warte. Warte, warte. Get on my level. Kack, noob, alter. Oh. Oh mein Gott. Bobbing. Oh mein Gott. Ich hab ihn gebobbing. Gang, gang. Easy peasy, Junge. Get on my level. Oder bald, bald Rainbow Six Siege mit meinem, mit meinem, mit meinem, mit meinem Cousin, alter. Mit meinem Bruder, mal nicht. Mit meinem Cousin? Boah, mir tut jeder, jeder Controller-Spiel leid, der das hier gerade anschaut. Bro, der ist doch schon fast onside hier. Mal sehen. Ding, mach dich ab, alter. Nice, headshot. Down. Good down. Boah, weggeflickt, den Arzen, alter. Letzter Ballbang, letzter Ballbang, der ist hier. Der kriegt Knife. War hier, Loren. Vor der Nasen. Ist mal der Boost wegfahren. Vor der Nasen, Junge. Easy, Junge. Hey, geht doch voll, oder? So schlecht bin ich doch gar nicht. Boah, eine Runde Asami. Ich bin ja lockt in der Asami-Maine auch. Ella? Hm, Krise. Krise, Krise. Clash, Alter. Lass mal Clash spielen. Goyo. Boah, Goyo wird, glaub ich, krachen. Egal, scheiß auf. Geht sogar. Mach Hände unter den Tisch. Ruhe. Ich bin Gunner. No matter what. Da ist noch eine. Digga, diese Kack-Nusse, Alter. Recoil. Die können mir gar nichts. Puder. Wo ist die letzte? Oh mein Gott, der ist immer noch im Spawn. Okay, das ist crazy, Bro. Also das ist ernst crazy. Bro, die Runde geht schon eine Minute und 30. Er hockt immer noch da hinten. Okay, okay. Der hat Spaß, der hat Spaß, der hat Spaß. Clash, Clash hat auch schon seit 1 Minute 30 in derselben Korne. Er ist auch im Schwillen. Crazy, Mann. Aber läuft er, ey, läuft überraschend gut. Er läuft überraschend gut. Also wenn du mit Controller spielst, ist es geiler mit Händen unter dem Tisch. Jungs, wenn ich so spiele, dann habe ich hier ein Kabel. Ich habe hier ein Kabel-Chat. Das ist giga-Arsch. Das ist Kiddich Wireless. Ich bin, ich bin am, ich bin am PC. Und am Tisch chillt schon wer. Die Mutter von Nano. Mein Driller. Wenn ich mit Controller spiele, liege ich im Stuhl wie ein nasser Sack. Valid, bro, valid. 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 Ich sage dir, es ist damals als kleiner Butchie, also ich habe keine Ahnung, mit 13 oder so das letztes Mal einen Shooter gezockt, bei dem man einen Controller gebrochen hat. Oh, oh, misslegt. Ich wollte, ich wollte renforcen. Hallo? Ist ihr das denn? Das? Ah! Aw! os. Ay-Junge. Kapital, langsam mal zum Controll 2005. Plötzlich die Pette. Also, was? Oh, nö. Oh, nö. Was ist denn das jetzt hier? Drunk. Oh, die kriegt doch gar keinen Schaden durchs Schild. Was hat er da gerade versucht? Nice. What is Blood doing? Hä? What is Blood doing? Okay, das ist, äh, das ist crazy, das ist crazy. Nice try, bro. Did you learn that at Tree School, bro? Versteht ihr? Baumschule, Tree School. Checkt ihr, checkt ihr, checkt ihr, checkt ihr, checkt ihr, ne? Okay, schade. Ich glaube, actually, dass es nicht mal so schlimm ist, auf Controller zu zocken, wenn es darum geht, äh, Rank zu spielen. Achso, auf Konsole dann. Weil dann hatte ich keine Cheater, ne? Also, ich hätte nicht so Gamecrasher-Arzen, ne? Das ist natürlich Arsch, aber nur. Okay. Was ist denn das hier? Hol mich! Hol mich! Don't get was? Naked? Checkt ich aber, checkt ich aber. Alter, ich bin so Arsch, ne? Ich nehme alles zurück, was ich immer gesagt habe. Easy! Alter, ich bin so Arsch, ne? Ich nehme alles zurück, was ich immer gesagt habe. Mein Gamecrasher ist doch alles so schlimm, Nano. Das war uns. Ich fand's okay. Guck mal, ich hab 10 kills gemacht, okay? 10 kills. Mit erstem mal Control, zweitemal Controller. Bro, ich glaube, es letztes Mal vor zehn, äh, Monaten, Jahren gibt, äh, hier, Kontrolle gezuckt. Das geht doch eigentlich, ist okay, Mann. Ich sag mal so, ne? Ist immer noch besser als das eine oder andere PC-Gameplay von den einen oder anderen Leuten. Ja, sowieso, ne? Nochmal eine Runde Villa. Oh, nicht schon wieder eine Runde Villa. Das habt ihr doch schon. Naja, egal. Ich kann nicht so lange einhalten, Bro. Let me march! Easy! Ich will vielleicht schon wieder in die Dams von Eagles zur Sau. Ich? Warte, du meinst Cheeky! Junge, warum ist Cheeky so am Sliden, Alter? Ne, ich glaube, er meint schon dich. Ich? Ich würde niemals in die Dams von Eagles sliden. Frauen, ne? Ich sehe die ganze Zeit zur Anfrage auf Instagram und denke mir, hey, guck mal, jemand will was wissen so. Was meinst du immer solche Boss? Ich zöne Gruppe anladen. Bier und Wein, das lasse ich sein. Ich slid lieber in Goffermis rein. Boah, wie ein Löwe, wie ein Löwe, Bro. Wie ein Löwe, sogar gesprochen. Holy shit. Oh mein Gott, oh mein Gott! Das ist auf der anderen Seite. Easy, get on my level. Oh mein Gott, ich mach mal mit L1. Okay, das Flicken ist immer noch viel zu crazy, Alter. Boah, ich geh ein kleines Ticket nach rechts und ich flicke einfach in meinen Arschloch, Alter. Boah, ich geh ein kleines Ticket nach rechts und auf einmal bin ich am Arsch der Welt. Nice. Nice. Love you. Das, äh, Stornbuch. Boah, das Timing ist aber crazy, Alter. Das Timing von der Q ist crazy gewesen, Alter. Holy shit. Nice. Okay, noch ne Bug, da seh ich mich. Oder wir gehen in Nineteam mit Armada rein. Es gibt kein Auto rein. Wo ist denn dieses, wo steht das close? Schade, Mann. Lion shot seit 2 Minuten auf diese Wand hier. 2, 2 Minuten 30. Easy. Bro, bro. Er dachte, er kann den Studie planten. Mein Freund, das ist nicht Bombside. Sag mal, kommt der aus Blüttmannshausen oder was? Wie markiere ich? Ah, da. Boah, ich kann nicht so schnell schwickern. Haben wir. Alter, hat's ihn aus dem Leben gehauen, ey. Okay, Jungs, eine Runde Twitch. Auch Capcom-Trips zerstören ist eigentlich was für Weicheier. Aber mir liegt was an meinem Leben. Holy shit, hab den Reaver gesehen. Was für das Spot bei Scanling? Ah, ja, Alter. Nein, wie gehe ich in die Kerne? Wie gehe ich in die Kerne? Wie gehe ich in die Kerne? Unten? Alright, haben wir, haben wir. Oh mein Gott, ey, der cheated. Von unten. Von unten. Ich habe ihn nicht gesehen. Oh, bro. Nice shot, bro. Nice shot. Crazy angle von ihm. Crazy angle von ihm. Captain is coming from behind. Nice, easy. Cupcom-Trips. Look dir nicht. Easy, Bruder. Easy, Jungs. Boah, dann sollen wir die Leute doch mal sagen, dass Controller nicht easy ist. Hä, ist das leichteste aus der Welt? Controller leichter als Maus und Keyboard. Ernst. Ernst, leichter. Aber das war's. Ich spiele nicht noch eine Runde. Das ist ja schrecklich. Das ist ja Krise, Alter. Das ist ja schrecklich. So. So. Vielen Dank.